Ein US-Gericht untersagt vorerst die Veröffentlichung von Konstruktionsplänen im Internet für die Herstellung von Schusswaffen aus 3D-Druckern. Das Bundesgericht in Seattle reagiert damit am Dienstag auf eine Klage von acht US-Staaten und der Hauptstadt Washington, die einen ursprünglich ab Mittwoch geplanten Zugang zu entsprechenden Konstruktionsplänen verhindern wollten. Für den 10. August ist eine Anhörung angesetzt. Die Klage der von der Demokratischen Partei regierten US-Staaten richtet sich gegen eine Vereinbarung, welche das US-Justizministerium im Juni nach jahrelangen Rechtsstreit mit der Organisation Defense Distributed erzielt hatte. Demnach hätte die Organisation ab diesem Mittwoch ihre Konstruktionspläne für mit 3D-Druckern herstellbarer Schusswaffen im Internet veröffentlichen dürfen. In der Klage heißt es, die Vereinbarung sei hochgefährlich. Sie könne eine beispiellose Auswirkung auf die öffentliche Sicherheit haben. Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich skeptisch gegenüber dem Projekt von Defense Distributed. Obwohl seine eigene Regierung der Veröffentlichung der Fertigungspläne zugestimmt hatte. Die Waffen aus dem 3D-Drucker, Pistolen und Gewehre funktionieren ebenso wie reguläre Schusswaffen. Da sie aber nicht industriell gefertigt werden, besitzen sie keine Seriennummern.